hallo liebe es wurde willkommen zu einem neuen video minecraft planet ich wollte gerade fast league of legends sagen schüffeln weil wir schon mal kein plan ups haben wir jetzt irgendwas verstört unterm tisch egal also zumindest ich habe ja schon lange kein minecraft mehr aufgenommen wir haben jetzt gerade eben bisschen was aufgenommen jonas ist in den nether gegangen um ich glaube du willst ja für die portal gun was suchen oder also genau ich habe schon mal ich habe schon mal ein bisschen erfolg gehabt also jetzt werde ich gerade gequält von den viechern hier aber ich habe also keine widerskeleton skype aber ich habe zwei sattel und ich denke man es ist gar nicht schlecht aber hier spawnt nix man kein einziges hier ist wieder so ein rattenvieh was du in einer folge als schwanz bin äh schwanz irgendwas als schwanz hast du es bezeichnet das weiß ich noch mal ich habe dir voll mit schwanzlein oder so irgendwas hast du gesagt so richtig komisch ich weiß es nicht mehr genau ich habe ich habe einen anderen schwanz gemeint nein 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 du hast einen schwanzrat oder so irgendwas hast du gesagt ja ich weiß es genau ich habe ich habe es gesehen aber egal ich fand es lustig äh aber ich spawnt nix also kein einziger über das skeletten spawnt jemand auch schon der letzten festung in der ich war ich war eins mehr nicht war eigentlich im recipe mode ich frage mich echt warum ich hier nicht auf er klicken kann ich will wissen wie man diese will Windmühle hier kraftet äh ne wenn wenn du nebendrinne bist dann kannst du nicht auf er drücken da musst du es einfach anklicken wo in der Seite drin ist an einer Seite wo du suchen kannst dann musst du es anklicken ganz normal ja das klappt wunderbar im Inventar hast dann musst du es äh denkt in der Nähe ähm es geht auch wenn es an einer Seite drin ist eigentlich mit er nun wo ich ich kriege immer an einer Seite deswegen ich kann es aber auch nicht anklicken er läuft bei dir mal ich gehe jetzt in cheat mode aber da ich jetzt kein game mode habe ist ja egal ich habe du hast game mode den hast du dir das letzte mal gegönnt ich habe den ich habe den nicht entzogen okay dann habe ich ja doch game und hier das werfen wir dorthin und es wird immer das ganze hier nicht aufsammeln weil den sehen wir da vorne und in 5 Minuten ist es weg also musst du keine Angst haben es wird schon auf ja es bringt alter als ob ich nicht schauen kann wie das geht es fackt mich jetzt richtig ab ich hab jetzt auch so Feuerdinger hä holy shit gut ich wollte eigentlich ne Windmühle kraften aber die für die Gravy dann dort brauchen ähm ja geht tatsächlich nicht hey als ob das nicht geht man oh da ist ein Greta Skelett hä als ob das nicht klappt man Aua es hat mich geschlagen okay dann dann schnurre ich mir jetzt von da oben einfach ein Alter Mann das war richtig unfair ich kämpfe gegen eins und auf einmal kommt von hinten so drei andere Rüderskeletten zu töten wie ich kann ich mir dein ähm Chatpack ausleihen ach so ja warte ich glaube zu meinen Sachen sind verbrannt ähm das ist das dumme ist nur wenn ich jetzt hier nach so oben fliegen und dann schnurren will dann kann ich das einfach abbauen hier oben L lasst ihn mal da das war da um das ist ja nicht wie ich will ich will er später noch ein Zinn bauen ja oder ja dann könnt ihr wenn wir arbeiten wenn ihr war von fünf Stück muss wir gerne ja fünf oder mehr und deswegen wollte ich dass die Kraft ist ja okay denn die Kraft ist es dann jetzt als ob du nicht draufklicken kannst man was denn los ich kann da nicht draufklicken er kann ich vielleicht ein Dissembler noch haben weil ich will ich will Connector ähm ja weil ich glaube ich muss die Viecher töten man weiß ja die ganze Zeit spawnt nix und ich gehe dann auch eins drauf oder auf einmal kommt fünf Stück und töten mich deswegen ich fühl mich richtig verrascht ich glaube meine Sachen sind so gar weg ja jetzt bitte auch nicht okay also jetzt ja ich darf nicht auch noch so deutsch King ja ähm weil ich bin an so einer scheiß Kante gestorben ich glaube die Hälfte der Sachen ist er weg ähm die Summe ist es muss natürlich auch aufpassen im Nether ohne die ist jetzt ein Netter ich wollte es gleich äh 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 da hingehen ähm Honig schau mal hier haben wir Honig hä kannst du es jetzt nachgucken wie du es craftest? ne ich kann es nicht nachgucken hä warum denn nicht was da los scheiße man muss man machen hast du den Rezept Modus wieder drin? jaja ähm hast du in den hast du irgendwas anderes auf R gelegt? ach fail das kann sein weil es hat sich alles zurückgesetzt ja stimmt das hat sich alles zurückgesetzt bestimmt noch irgendwas auf R sein auf F ist irgendwie gefühlt alles jaja auf F ist alles das habe ich umgelegt schon weil dann kann ich wie das weil ja auf F ist immer mein Sprintlaster ok nee auf R ist sonst irgendwie nichts das sind die Viecher ich sehe es ja schon äh ich guck mal ganz kurz in der Einstellung warte mal äh äh item nee nicht auch Option ah doch hier das ist mal hier mal für Apostrophe und jetzt schaue ich da haben wir jetzt tatsächlich ganz schön viel Zeit dafür verbraucht aber es ist ja eigentlich egal ob ich das auf R was anderes habe weil ich klicke ja ich weiß es funktioniert ansonsten gibt es noch was anderes es funktioniert nicht äh und zwar äh musst du im Inventar reingehen auf Optionen und dann gibt es da äh Rezept Modus oder so irgendwas dann gibt es oh meine ganzen Sachen haben überlebt ah ich bin glücklich alter meine ganzen Sachen haben überlebt heiß äh was meinst du warte ich muss hier ganz kurz überleben dann kann ich dir kurz dann kann ich dir gleich helfen sterbt so danke ist jetzt irgendwas was mich töten kann äh ich brauche mich ganz kurz oben ein äh ja ja ich hab sie und zwar gehst du um ins Inventar und auf Optionen oben auf Inventory und dann auf äh Search Mode Extended ist der schon eingestellt ja er läuft bei dir mal er ist eingestellt ja läuft auf jeden Fall vor allem weil ich das vorhin vor allem weil ich es vorher noch konnte äh wait kann ich eigentlich wenn ich jetzt irgendwas anderes mal ich darf mich interessieren kann ich das ja es geht bei allem außerhalb bei dieser Windmitte welche Windmühle hast du genommen warte mal kann ich das auch ist die von Industrial Craft richtig nein die von Meckernissen die von Industrial Craft kann sie nicht craften ja haha du hast die falsch Windgenerator heißen die Dinger alter du dann sag er gleich dass Windgenerator heißen weil ich weil ich schaue hier nach Windmühle ahja fähig stimmt das wissen das sieht man schon am Item man ja geil man das wurde einfach am falschen alter zum Glück haben wir keine Fechs gemacht haha ja wieso ich hätte deinen Gesichtsausdruck gerne gesehen man der war richtig nice gewesen wahrscheinlich haha ich würde mich richtig verarschen weil es in 10 Minuten versucht aber in das Willcraft irgendwas zu machen dann ist es einfach von von Meckernissen ja man wir machen fast alles mit Meckernissen also ich mache was alles mit Meckernissen weil Meckernissen einfach viel billiger und besser ist dann müssen wir von denen was haben weil sie jetzt bin ich gestorben hab die restlichen paar getötet und jetzt sind keinerlei andere Viecher mehr da ich fühl mich verarscht man komm wieder zu 5 hast du gesagt brauchen wir gleich oder mehr ja 5 oder mehr aber wir haben genug Ressourcen um so viel zu machen und daher hau einfach mal raus wir brauchen später noch mehr ja die habe ich vorher produziert gehabt also gönn dir einfach 15 von dem hier brauchen wir dann ah geil das kann ich ja gleich hier drinnen machen ja du kannst eigentlich alles fast da drinnen machen ah ne ich mach das so du weißt Shift-Klick Fragezeichen ne dann legts automatisch rein ja ähm oder halt nur Fragezeichen ist ja eigentlich egal ich war diese Folge übel ich nehme immer noch meine Stimme auf fällt mir grad auf weil eigentlich wollte ich ja die Folge aufnehmen bis ich dann gesagt habe dass die uninteressant bei mir wird und dann dass du aufnimmst und deswegen nehme ich immer noch Outer City auf ich habe jetzt 18 Minuten die ich nachher alle wieder löschen kann nice was ist bei dir? habe ich auch grad gedacht ähm die haben wir denke ich nicht mehr ich schaue einfach trotzdem mal danach fähig oh wir haben tatsächlich noch zwei von den komischen Tablets also die Tablet ja die sind aber auch nicht so teuer aber da brauchst du mir ganz viele er sind mit erläutert und deswegen habe ich so viele davon vorab produziert mhm bin wir da du kriegst wieder deine Sachen haben okay Gold Redstone und anwescht 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 jetzt mal anwescht ja mal anwescht 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 ich hab nicht alles davon brauchen was ich mir jetzt raushol aber wir überziehen jetzt vielleicht ein bisschen weil die ersten 10 Minuten die waren ja wir waren voll produktiv diese Folge wir haben zumindest keine Rückschritte gemacht das hätte ja fast sein können wenn deine Sachen wieder da gewesen wären ja doch ich bin hier schon sowas schon drin da kannst du es irgendwie nicht reinlegen ja ich weiß nicht da kannst du es irgendwie nicht reinlegen in diesen Craft & Key weil der so doppelt ist und das checkt der Mod nicht und da kann ich Wetten auch nicht reinmachen ähm ja doch den den da hinten gehst den kann ich ja ja ich bin gerade überfordert was ähm brauchen wir noch ah ja genau okay ähm wenn es 2 sind dann sind es 10 7 brauchen wir noch doch wieder neue 4 Kakteen ich hoffe ich hab meine jetzt gerade nicht verrechnet warum hast du da vorne eigentlich so ein fettes behindertes Loch vor die Tür gemacht man ich komm nie ins Haus rein ähm da sollte noch ähm Kies hin ich ich kann ja gerade mal so ein Stack also hier komm ich hab ein bisschen zu unbegabt hier kommst du nicht ins Haus ja also doch ich komm schon rein aber es fuckt mich halt ab ja dann sei jetzt Kies äh ja ich kann jetzt gleich wieder in die Hölle gehen und oder Skulls Farm so was was brauchen wir noch von von die nicht ah ne äh von diesen von diesen hier haben wir tatsächlich noch was die wir sind jetzt Basic Control genau von denen haben wir noch habe ich glaube ich gesehen 46 auf jeden Fall richtig ja das habe ich auch gerade gesehen richtig viel nein das war's das ist tatsächlich relativ billig das einzige was abfacken man muss es immer wieder neu reinlegen ich habe mich tatsächlich nicht verrichtet so alter nicht dein ernst ja das ähm zum Glück ist da ein Sternchen davor das freut mich jetzt auf jeden Fall ist aber für den Moment hast du es geglaubt oder ja dann habe ich mich gewöhnt als so hä warum ist es eigentlich nicht echt das auch so weil du schwarzst ja natürlich man bisschen Troll muss auch mal sein warum ist dein Penis in der Luft hast du einfach so einen Penis hingemalt äh gebaut als du irgendwas gefarmt hast nein du das ist von dir weil das ist ähm Gras und ich bau in der Hölle kein Gras also kein kein Dirt ne das war aus Versehen das hast du nicht für extra gemacht weil du hast ja auch irgendwas gefarmt irgendwas also äh 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 Endzeit oder so irgendwas und deswegen ist da einfach so ja ähm wir teuen auch die Energy Cables gell? ja doch 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 haben wir erst mal noch ganz viele gell? haben wir noch richtig viele äh oh und das mache ich dann einfach an die Query dran oder wie ist das? ja genau du musst die richtig anschließen und einfach an die Query dran und du brauchst noch die ähm die die normalen ähm die normalen Pipes weil wir haben nichts wir haben noch keinen Tesseract das heißt wir können noch nichts äh zu uns teleportieren und du brauchst einen äh Junkloader den den wir schon draußen stehen haben so einen brauchen wir wo brauchst du noch? ich weiß nicht genau wie der heißt warte mal ähm 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 ich brauche jetzt Pipes doch um die Items in die Kisten zu machen oder genau ich glaube davon haben wir auch noch welche und du brauchst einen äh dimensional Anker oder so irgendwie heißt der ah wir haben außerdem noch Sortierpipes gell die musst du so anschließen dass äh oder wir warten wir machen erst den Wider damit die Ehre damit ich das machen dann nur mache ich dir das weil du brauchst den Diamond Pipe und die White Pipe die ich gecraftelt hatte schon eine jeweils davon weil dann kannst du gleich Cobblestone und so rauszutieren äh nur jetzt muss ich jetzt nur diese äh jetzt ne die muss weiß mitnehmen irgendwie wenn du die anschließt wenn du die jetzt schon zum Laufen bringen willst hm dann nehme ich ich die Cobblestone und äh die Diamond and White Pipe brauchst du auch noch achso alles klar wofür brauche ich die wofür muss ich das dann dran machen ganz am Anfang damit du Cobblestone aussortieren kannst ok dann sortieren wir Cobblestone auch und halt das ganze andere scheiß Zeug was du nicht brauchst mhm ähm ähm was fehlt es wird bestimmt gegen was ist mir jetzt egal keine Viecher man ähm das hat doch eine Sache gesagt die ich noch brauche ähm was war das was hast du jetzt alles ja ich weiß es nicht ähm ich hab die Cable und ja ja aber mehr hast du nicht ne ja läuft bei dir man du brauchst die Pipe also Cable, Windmühle, Query und so ja jetzt brauchst du noch die ganzen Pipes äh ne White Pipe die hab ich gecrafted achso ja genau die Pipes die hab ich die ganzen Cobblestone Pipe die hab ich auch schon gecrafted gehabt und die Diamond Pipe die hab ich auch schon gecrafted äh 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 aber es war noch irgendwas Kisten ähm ok dann diese Kisten Kisten ähm schön dass es ist in Deutschland gibt wir ich überziehe jetzt mal hier schön gewaltig das war's da ist einer ähm das war's würde ich sagen von der Folge das ist ein 3 ähm das war's von der Folge falls es euch gefallen hat ich hab ein 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 ich bin grad voll am harten Battle hier ja und ich bin grad voll an der Upmodi nach einer extrem überzogenen Video ja ja komm ist doch egal wir überziehen fast jede Folge man das ist langsam Standard ich würde es trotzdem gerne mal ja 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 ähm falls es euch gefallen hat dann lasst doch eine positive Bewertung da wir sehen uns morgen wieder ciao tschüss au rei tschüss 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 tschüss